Oh, ich sitze hier gerade im Auslauflauf. Jetzt bin ich wohl mal das Meerschweinchen. Diese Geräusche machen. Ich bin euer Sklave und mache eure Kacke weg. Na, ist es schön mir zuzugucken, während ich eure, die Beziehung liegt auf eure Kacke weg machen. Aber ich mache das ja auch für euch. Aber ihr könntest es auch hin und wieder mal selbst machen. So, jetzt ist wenigstens die Kacke wieder einigermaßen weg. Ja, ihr habt jetzt Hunger, Gelle. So, da habt ihr Futter. Und bei euch drin ja auch ein Stückchen. Fertig sind wir hier. Und gleich abholen. Und auch noch vollen lassen. Doch noch was da drin. Ich sage schon mal Tschüss, lasst einen Daumen nach oben da.